Hallo und willkommen zurück bei Tag 13 von den Funko Pops. Hier sieht man schon mal, welche Funko Pops in den ersten 12 Tagen drin waren von diesen kleinen Mini Funko Pops. Vor allem die kleine Hedwig und der kleine Dobby und die anderen, die sind normal von der Größe. Und jetzt gucken wir mal, was sich in der 13 verbirgt. Gucken wir mal, ob ich die wieder alle umkegel. Ah, Dobby ist umgefallen. Und da ist, oh, sieht nach Dumbledore aus. Sie sehen nur weiß und lila. Ja, das ist Dumbledore. Ich stelle euch mal hier hin, dann sind die Myrte. Ich stelle den Dobby mal wieder auf. Und den Dumbledore. So sieht er aus. Mit einer Brille, richtig schick.